Ich hab noch Aura Mastery mitgenommen, wir gucken, wie gut das ist gleich Ich müsste jetzt alle haben, ne? Ok, jetzt push durch Nice, neuer Toptenkopf, alle auf den Hochschießen, wenn es geht noch Durch pushen auf Totenkopf Neuer Toptenkopf, ist markiert Neuer Toptenkopf Neuer Toptenkopf Den letzten Alle kurz ein Stück Abstand vom Boss Nicht drangehen, wartet bis Minaron ihn hat in den Pose ist Geht auf eure Position Stellt euch nicht jetzt dahin, kriegen wir nur Feuer dort Jetzt baue ich auch ein Schiff im Raum Da ist ein Bug eben Ne, ist ein Zeppelin, ist das aber auch kein Schiff Ich hab ein Schiff hier stehen Spielt keine Rolle Wenn du den Boss spielen kannst, dann kann da auch ein Bug hochstehen Kraftprojekt 4 4 4 4 5 4 5 Zehn Fünf Alle auf Rot Stacked Ja, easy Pippi, können wir auf Grün stacken oder so? Ein bisschen näher? Auf einer der drei Poses? Ja, wir können auf Grün stacken, das gilt Falls da kein Feuer dann liegt Was dachte der, ey? Ab wann kommen die Ends? Weiß ich, wir sind in Phase 3 Und Prommel Auf Quake Das ist kein Damage-Race Bild ist einfach sauber Zehn Sekunden, geht auf Grün Auf Grün jetzt Direkt los ist es kein Lennepscher Es tut mir leid, es sind Schiffe zum Weg, ich kann nicht da durch Ich glaube einfach da stehen, fast schon mit Finglicher Gehalt Das ist gut Ja, wir werden nach Rollenstrecke hier nicht abschieben Ich muss noch schneller als hier am Boss sein Ja, ja, klar Auf Quake entzünden Ich suche dir Ich suche dir Ich komme jetzt da fast so hin Ich stand doch die letzte Male zu shabbing Auf Quake Ich spott den Gleis schmarrn, ja? Schmarrn, wenn der Agro ein bisschen oben ist Auf Grün stacken Fünf Sekunden Blast Wave, alle auf Grün Mein Bär ist nicht so schnell Mein Bär ist nicht so schnell Mein Bär ist nicht so schnell Er hat keine hateful Mechanik Auf Quake in 15 Wir stacken gleich auf Lila Steht so, dass ihr mit dem Auf Quake Richtung Lila weggepusht werdet Lila ist ganz rechts Ich habe hier so ein bisschen viel, damit ich noch auf die Nara noch fallen kann Auf Quake Gleich Blast Nova danach Alle auf Lila Stacked Absodem hochziehen, hat Corn Flag Nice Wir stacken nachher auf Grün Jetzt noch nicht zu Grün Wartet noch Steht aber so, dass ihr da durchgepusht werdet durch die zwei Feuer Ja Ich habe auch wieder für die nächste Phase meine Aura-Master bereit Jupp Ich finde mal hat es gerade gemerkt, wie der Schaden hat geknommen, oder? Auf Quake Auf Grün Zieht was für die Hunde hat es 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 Zieht neuer Maager Rechts vom Bass Kreis, Niestepunkt. Kreis, Niestepunkt. Phase 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20. Alle zu Kreis nach dem Aufquake. Oh, Mann ey, das ist... Battle Reds Ziff. Dummes Gelauf, ey. Counten, wenn du kannst. Uli, spot ab. Ab. Wir gehen auf Lila nachher. Wo ist Lila? Ich seh das hin, ich hab den Boss vor der Nase. Du musst einfach mittig zu kommen, das passt schon eigentlich sonst. In der Mitte, der ganz rechts. Das Nova, auf Lila, auf Lila. Zieht was, weggdust irgendwas vielleicht. Ich hab den Boss. Jetzt komm gleich wieder. 2, 2, 1, komm Porsche. Oh, nö. Scheiße, my best. Ich muss in die andere Richtung... Zieh mal was, wenn du kannst, grad nach vorne ans Tank. Irgendwie, wenn grad Schaden kommt. Ja, ja, ich lauf grad hier nach Gelb. Ganz drinnen. Ihr könnt ja auch vieren und stun oder... Klasse Over auf Stern. Stern oder Grün. Auf Grün in 5. Alle auf Grün. Ich hab den Boss, ich hab den Boss eins. Auf Grün. Auf Grün drüber. Da ist Nova jetzt. Auf Grün. Ja. Wir gehen mit den Mobs zu Orange. Hat Dispersion gezogen. Ich geh nicht zu weit weg, Bulle. Ich hab dich schon gehabt, musst du dir hinlaufen bis hin, passt Auf Quay Ich hab Bulle im Target, ich kann den Gäste fortfahren Ich beheile dich, Bulle! Ich hab zwei Elementare am Bass Keiner bei Stern stehen, bitte Geht weg vom Stern Halt die Nahrung ein, wenn er kann, ich bin grad nicht da Zieht unter uns, wenn ihr wollt Gebt mir ein Vigilance einfach Ja, ich... Gut Wir sind in die Gruppe hinter dem Boss Links Last Wave, auf Gelb Gogo, alle Gelb Ich hab die Beinschild gezogen Ja, zieht was, wenn ihr könnt Geht Werft mir irgendwas, sonst proc ich jetzt und sterbe Ohne Versuch abzuspotten Ja, ich hab... Geh hinten da schnell Spott, ich halt dich 5 Leben hat doch noch, haut die um, komm Gebraucht glaube ich ein 15 Schaffen wir auch Ich kann, warte mal Ja, wenigstens Stack nachher einfach in der Mitte irgendwo Hinterm Boss Hinterm Boss, deckt hinterm Boss Deckt alle hinterm Boss Alle hinterm Boss Und jetzt zieht ihn durch Zieht ihn durch, zieht durch, zieht durch, zieht durch Zieht durch Zieht 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 Na ja, nice ist was anderes Das ist nice Das ist obere Bergische Taktik Einfach nur ein Bruch Ja, dafür das wir neue Taktik verwendet haben Ne? Ich meine Wenn du uns verfeinern, verbessern Dann ist das the way to go, glaube ich